Ich kann und möchte das nicht akzeptieren, dass ich gerade so hässlich ausgesehen habe. Jetzt bin ich geschminkt, vielleicht steht mir die Frisur jetzt besser. Bitte. Sieht aber jetzt besser aus, oder? Gerade in Rot habe ich ja gesagt, das sieht voll schön aus. In welcher Welt leben wir, ey, dass das schön ist? Aber vielleicht finden wir ja noch irgendwas anderes. Ganz ehrlich, also geschminkt finde ich das ja gar nicht so schlecht, dass dieses Ding hier... Funny, oder? Ding, 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 boop. Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe einfach den Filter kaputt gemacht. Haben wir es jetzt? Das ist was ganz Neues. Das sieht gut aus. Ich bin ein Pilz. Oh mein Gott. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Also, oh mein Gott, ich bin ein Pilz. Geschockt bin ich.